Augenmaß walten lassen. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden. Augenmaß heißt, man soll nicht übertreiben. Es ist oft gut, einen Mittelweg zu finden. Manchmal haben Menschen eine Neigung, etwas zu extrem zu sehen oder zu weit zu gehen. Und manchmal mag es auch gut sein, etwas mit Vehemenz zu tun. Aber relativ häufig ist es gut, Augenmaß zu nutzen. Augenmaß heißt eben, man schaut mal so ein bisschen. Und Augenmaß heißt zum einen, man schaut, was ist tatsächlich möglich. Und es heißt auch, nicht zu viel in die Details zu gehen. Bei manchem ist es gut, sehr detailliert zu sein. Bei manchem ist es gut, wirklich genau darauf zu achten. Aber manchmal gilt es auch, Augenmaß walten zu lassen, nicht die Dinge zu genau sehen und natürlich auch im richtigen Verhältnis. Und so ist manchmal Augenmaß ein guter Ratschlag. Und so fühlst信 will sein, wenn man euch genau anる